Das ist der komischste Speedrun, den du je gesehen hast. Der Pencil Sharpening Simulator. Das Game ist eigentlich ein ganz normaler Simulator. Du spitzst Stifte und das war's. Ja, aber Jens, was ist daran denn jetzt so komisch? Der Speedrun in der Real-Life-Kategorie. Dieser hat nämlich gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Die Task hierbei ist es, nämlich einen echten Bleistift so schnell wie möglich zu spitzen. Den gleichen Speedrun gibt es auch mit 10 Stiften. Und sogar eine Kategorie, wo man einen Bohrer benutzen darf, um den Bleistift klein zu bekommen. Sagt das mal eurer Familie, wenn ihr versucht, einen Weltrekord zu brechen. Yes, ich habe endlich mein Ziel erreicht. Ich habe einen Weltrekord gebrochen. Äh, ja, und worin? Na, im Bleistift anspitzen. Wow.